Willkommen zurück, eine neue Folge WoW Wrath of the Lich King Classic und zwar mit Ulduar, den 25 Spieler Hardmodes. Ihr seht vor uns Mimiron, den vierten Wächter oder vierten Titanen, den wir jetzt im Hardmode bezwingen wollen. Die anderen drei haben wir ja schon in den Videos abgearbeitet. Er ist auch der komplexeste Kampf, sowohl im Normalmodus als auch im Hardmode. Er hat ja seine vier Phasen und ihr seht hier im Hintergrund auf der rechten Seite, wo die Pad-Leiste ein bisschen davor steht, da ist ja der Eingang, wo wir normalerweise reinkommen. Wir sind jetzt hier hinter gegangen und stehen quasi hier in so einer Nische, wo dieser rote Knopf, der den Hardmode triggert, auf der linken Seite zu finden ist. Das hat folgenden Hintergrund. Mimiron wird jetzt hier in regelmäßigen Abständen Feuerexplosionen machen und die Feuer laufen Spielern hinterher, die sie eben anvisieren. Die visieren immer Spieler an, die sich quasi in der Nähe von diesem Feuer befinden. Und um das Feuer möglichst gezielt abzulegen, werden wir uns am Anfang eben in diese Nische begeben und aus dieser heraus den Kampf starten. Wir gehen jetzt gleich mal in die erste Phase rein oder in den Kampf rein und dann werde ich nebenbei einfach mit moderieren. Pull kommt in zehn Sekunden. Und dann drückt einer den Knopf an diesem, also den roten Auslöser. Dann seht ihr jetzt auch gleich die Timer. Zehn Minuten wird sich der Boss selbst zerstören. Hier kommt das erste Feuer. Wir laufen zum Boss. Die ganzen Milis. Ich tank schnell den Boss an. Und jetzt kommen die ganz normalen Fähigkeiten. Das heißt, er wird jetzt gleich seine Minen werfen. Hier hinten rechts habt ihr schon das Feuer gesehen. Dafür sind Spieler eingeteilt, die eben das Feuer jetzt abfangen werden. Die Plasma-Eruption ist im HC-Modus richtig krass. Da müsstet ihr am ersten ziehe ich immer eine Pains-Up oder lasst mir eine Pains-Up vom Diszi-Priester geben. Und danach, nach der ersten Plasma-Eruption kommt gleich der Schockschlag. Ihr seht, ich muss hier jetzt schon wegziehen, weil das Feuer auch bei den Milis kommt. Die zweite Explosion war schon da. Das heißt, wir gehen jetzt raus. Lasst euch nicht von den Minen treffen. Die nächsten Minen kommen schon. Jetzt kann entweder die Plasma-Eruption vorher kommen, die zweite, oder es kommt der Löschschaum. Es kommt hier als erstes der Löschschaum. Er löscht jetzt sämtliches Feuer. Und es kommt aber instant die nächste Explosion. Die Plasma-Eruption müsste jetzt gleich kommen. Dafür habe ich jetzt meine eisige Gegenwehr und das Vampirblut beides zusammen. Damit kann ich das ganz gut überleben. Und der Schockschlag der nächste kommt. Da wieder weg vom Boss. Und jetzt könnte ihn hier Hausen ein bisschen ziehen. Das sollte kein Problem sein. So, erste Phase ist vorbei. Wir sammeln uns an einem festgelegten Punkt, wo eben wir das Feuer sinnvoll außen kiten können, weil er jetzt gleich die zweite Phase kommt. Und in der zweiten Phase wird die Mitte definitiv benötigen. Ihr seht die eingeteilten Spieler, die jetzt das Feuer hier so ein bisschen rumkiten, um das so auf einem Punkt zu konzentrieren. Weil in der zweiten Phase bekommt der Boss eine zusätzliche Fähigkeit. Also sein Körper bekommt eine zusätzliche Fähigkeit. Jetzt kommt noch mal Feuer, was eine Frostbombe ist. Die Frostbombe löscht das Feuer, aber die macht auch immensen Schaden und schleudert euch weg. Deswegen versuchen wir das Feuer möglichst geballt irgendwo am Rand abzulegen, weil die Frostbombe immer an einer Feuerstelle auftauchen wird. Wenn natürlich zu viel Feuer, jetzt castet er die Frostbombe, hat sie losgeschickt. Wenn zu viel Feuer im Raum ist, dann oder in der Mitte ist, dann kommt die Frostbombe zu euch. So, und ihr seht hier hinten links jetzt die Frostbombe und die wird jetzt gleich hochgehen und dann seht ihr, wie weit dieser Radius ist. Was auch hier ganz wichtig ist, deswegen ziehen wir hier HT, um diese Phase möglichst kurz zu halten, kurz zu halten, diese zweite Phase, der macht durch seine normalen Geschosse schon immensen Schaden und je mehr Leute aufgrund von geringerer Lauffläche, wegen des Feuers, das abbekommen, umso mehr müssen die Heiler halt irgendwie das Gegenheilen. Deswegen werden hier Raid-Cooldowns von den Paladinen gezogen, auch ein Mastery und so weiter und so fort, um möglichst den Raid hier am Leben zu halten. Jetzt kommt noch mal eine zweite Frostbombe, die ihr wegsendet und wir haben den jetzt gleich bezwungen. Frostbombe hinten rechts, das heißt, wir sammeln uns auf der anderen Seite des Raumes und jetzt beginnt gleich Phase 3. Das bedeutet, bis Phase 3 beginnt, können wir jetzt hier noch das Feuer ein bisschen rumkiten und suchen uns jetzt möglichst eine freie Feuerfläche. Es kommen jetzt in dieser dritten Phase, neben den ganzen Eds und Mimiron in seinem Propellerkopf, kommen jetzt auch Löschbots. Die Löschbots könnt ihr theoretischerweise angreifen, solltet ihr aber nicht, weil die löschen das Feuer und wenn ihr zu wenige Löschbots habt, beziehungsweise die killt, dann wird euch das Feuer überrennen. Die Löschbots kommen jetzt hier aus diesen blauen Kegeln. Wichtig ist, die Bombenbots von Mimiron's Kopf abfangen. Ein Tank fängt dann die Schrottbots ab, die aus den grünen Strahlen rauskommen und ich bin dafür beauftragt, diesen Angriffspot zu kiten. Ganz wichtig, der Angriffspot sollte verlangsamt werden, weil der haut euch Kellen in 60k ungefähr rein. Das heißt, der kann den Tank, wenn es dumm läuft, einfach mal One-Shotten. Ergo machen wir das so, ich kite die als Tank-DK, mit der eisigen Berührung funktioniert das wunderbar und die anderen DKs sind nur dafür zuständig, eisige Ketten auf den Angriffspot zu bringen, um den zu verlangsamen. Und wir kiten mit der gesamten Gruppe, nämlich immer vom Feuer weg. Das hat den Hintergrund, die Notfallbots helfen euch zwar, das Feuer auszuschalten, aber die Notfallbots haben gerade im 25er eine Aura um sich herum, dass sie innerhalb von 10 Metern euch silenzen. Silence ist ganz schlecht, weil der DK braucht das, um seine eisige Berührung rauszubringen. Sämtliche Ranges müssen ja ihre Kars rausbringen, also lasst euch nicht silenzen. Zweite Fähigkeit von den Löschbots ist, wenn sie löschen und ihr steht in diesem Löschhaum drin, den die verspritzen, dann werdet ihr durch die Kante geworfen. Könnt dann in einem Feuer landen und so weiter, alles schlecht. Deswegen hier als Gruppe geschlossen immer vom Feuer weg euch bewegen. Die Angriffspots haben erste Priorität, zweite Priorität ist der Mimiron's Kopf. Ne, zweite Priorität ist der Bombenbot für die Ranges dann. Und die dritte Priorität ist der Mimiron's Kopf und am Ende könnt ihr die Schrottbots noch wegmachen. So, und jetzt haben wir dann auch schon die letzte Phase. Wir haben noch knapp vier Minuten, um die jetzt zu besiegen. Das heißt, 50% haben wir für die drei Körperteile. Und ihr seht schon, in der Mitte ist mal wieder Feuer. Das müssen die Löschbots jetzt wegmachen und wir müssen zusehen, dass wir den Körper oder den gesamten Roboter von Mimiron hier gut innerhalb dieses, ja, ein bisschen außerhalb des kleinen inneren Kreises hier kiten. Nicht zu schnell kiten. Ihr seht, jetzt bin ich gerade zum Schweigen gebracht, weil der Löschbots hinter uns ist. Jetzt kommt schon die Lasersalve. Nicht zu schnell kiten, damit die anderen Spieler die Möglichkeit haben, vor allen Dingen Heiler und Ranges mitzukommen, und weil die ja meistens außen stehen. Und deswegen schaut, wie man da sinnvoll kiten kann. Aus dem Feuer raus, aber eben nicht zu weit kiten. Nutzt am besten den Schockschlag, um ein Stück weiter wegzuziehen, weil dann können sich die Leute besser positionieren. Und ansonsten probieren, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig zu kiten, zwecks des Feuers. Achtet auch drauf, eure Pads, wenn die angreifen, kann es ganz gut sein, dass dann immer mal die Notfallbots, ähm, die Feuerbots, die Löschbots, von denen erledigt werden. Und das kann dann übel enden, wenn ihr zu wenige von den Feuerlöschbots noch übrig habt am Ende. Ja, und ansonsten wie im normalen Modus nur mit dem Feuer. Ähm, wenn zu viel Feuer da ist, wie jetzt gerade, dann kommt auch so eine Frostkugel, und die kam jetzt hinter uns, und gleichzeitig hat er seine Lasersalve gemacht. Und wir mussten jetzt zusehen, dass wir hier irgendwie von dieser Frostkugel wegkamen, ähm, die dann uns den Weg nochmal abgeschnitten hat, und seine Salve halt. Jetzt kommt gleich der nächste Schockschlag, Minen liegen wieder, das nächste Feuer kommt, da mal wieder rausziehen. Also der Kampf ist chaotisch bis sonst wohin. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, nur noch einen Löschbot, wenn überhaupt. Deswegen kommen jetzt hier die ganze Zeit die Frostbomben, die uns natürlich dann auch nochmal gefährlich werden. Aber wir haben es ganz gut jetzt hinbekommen, die letzten 5%, zumindest beim Leviathan unten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen Abschnitte aussehen, aber ich glaube, ähm, die dürften jetzt auch drauf gehen. Und dann sind es die letzten paar Sekunden. Er wollte sich reparieren, hat er nicht geschafft, und damit ist Mimiron im Hard Mode bezwungen. Ja, und somit haben wir jetzt alle 4 Titanen im Hard Mode bezwungen. Jogsaron habt ihr ja schon gesehen als Video. Das heißt, es bleibt nunmehr nur noch Algalon übrig, was eben der Hard Mode Only Boss ist, den ihr nur bespüren könnt, wenn ihr einmalig alle 4 Bosse, alle 4 Titanen im Hard Mode erledigt habt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir dann den nächsten Hard Mode angehen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!